Nach dem Aufbau der Anlagenteile wie Tanks, Kühler, Kullern und Hochfackel erfolgt nun die Fertigstellung der kompletten Steamcracker-Anlage. Gezeigt wird der Bau des eigentlichen Spaltofens, der Waggonentladung sowie von Rohrleitungen, Rohrbrücken und Schaltschränken. Das Schema der kompletten Anlage sowie die Liste der verwendeten Bausätze sind auf meiner Internetseite www.ocpfe.de zu finden. Unerlässlich für den Betrieb einer Chemieanlage ist die kontinuierliche Versorgung mit Ausgangsstoffen sowie der Transport dieser Stoffe und der Produkte durch Rohrleitungen über Rohrbrücken. Bei der Anlieferung der Ausgangsprodukte durch Kesselwaggons erfolgt die Entleerung oft von oben, ähnlich wie bei der hier im Campagdormagen zu sehenden Schiffsentladung. Zum Transport der flüssigen Stoffe durch Rohrleitungen sind Ventile und Pumpen erforderlich, die über Schaltschränke gesteuert werden. Der Aufbau der entsprechenden H0-Modelle wird in diesem Video beschrieben. Für die Station zur Entladung der mit Nafta beladenen Kesselwaggons, dem Ausgangsprodukt für den Steamcracker, wird ein Kunststoffbausatz von Wolters verwendet, der etwas angepasst wird. Vor dem Herauslösen aus dem Spritzling werden die braunen Kunststoffteile entsprechend dem Farbschema, das bereits für die übrigen Anlagenteile des Chemiewerks nach dem Vorbild des Campagdormagen genutzt wurde, koloriert. Stahlteile und Rohrleitungen in Silber, die Trägerkonstruktion in grün, sowie Leitern und Geländer in gelb. Die eigentlich zwischen zwei Gleisen für die beidseitige Nutzung gedachte Plattform wird für den Einsatz an meinem Gleisanschluss nur einseitig ausgeprägt. Mit dieser Farbgebung sieht das Modell doch schon ganz anders aus als das triste Original. Ergänzt werden noch Leuchten, ein Regenschutz, sowie ein Schaltschrank. Mehr zu den Schaltschränken gibt es in einem späteren Kapitel. Eingebaut auf dem Modul ergibt die Waggonentladung ein stimmiges Bild. Der eigentliche Spaltofen des Steamcrackers fehlt im bisherigen Aufbau noch und soll nun ergänzt werden. Verwendet wird dafür das Apparategerüst mit Rohrleitungen von Falla. Es handelt sich um einen Kunststoffbausatz mit 115 Einzelteilen in drei Farben. Vor dem Herauslösen aus dem Spritzling werden die Kunststoffteile wieder entsprechend dem Farbschema koloriert. Rohrleitungen und Stahlböden mit Silberbronze, die Trägerkonstruktion mit grüner Farbe und schließlich Geländer und Leitern in gelb. Für den Spaltofen nutze ich nur das linke Element, das rechte kommt später bei den Schaltschränken zum Einsatz. Der weitere Aufbau erfolgt entsprechend der Anleitung. Analog zu den Kolonnen im letzten Video wird der Reaktor umlaufend mit Micro-LED bestückt. Aufgrund einer Nachfrage zum letzten Video bezüglich der eingesetzten Leuchten möchte ich hier darauf etwas genauer eingehen. Es handelt sich um die als chinesischen Direktimport oder auch bei lokalen Wiederverkäufern erhältlichen ein- oder zweiarmigen Leuchten mit gelben bzw. weißen LED, die man im Zehnerpack für ungefähr 1 Euro pro Leuchte erhalten kann. Nach dem Herausziehen der LED samt Zuleitungen aus dem Metallrohr lässt sich dieses Bild bekürzen und dann kann die LED wieder eingefädelt werden. Die gekürzte Leuchte wird in vorgebohrte Löcher auf dem Kopf der Kolonne eingedrückt. Ergänzt um einen Stromverteiler ergibt sich ein passend zu den übrigen Aggregaten gut beleuchtetes Modell. Die Zuleitungen der LED werden im Behälter zusammengeführt, sodass nur ein Anschlusskabel verbleibt. Der Spaltofen wird nicht weit von den Kühlern platziert, damit die bei der Aufspaltung des Naftas entstehenden reaktiven Olefine durch rasche Abkühlung stabilisiert werden können und nicht weiter reagieren. Für die Rohrbrücken verwende ich Lasercut-Bausätze von Joswood mit unterschiedlichen Stützhöhlen. Die Breite der Brücken ist dabei identisch. Die Rohrleitungen stammen aus einem Kunststoffset von Faller, wobei mehrere Bausätze erforderlich sind. Jeder Rohrbrückenbausatz enthält vier Stützen und drei Brücken. Die Elemente der unterschiedlichen Bauhöhen lassen sich beliebig miteinander kombinieren. Das Kartonmaterial des Lasercut-Bausatzes lässt sich auch sehr leicht zu Winkelkonstruktionen schneiden. Ich habe es nach dem Zusammenbau zum Verdecken von Steck- und Klebestellen mit grüner Farbe behandelt. Beim Faller Rohrleitungs-Set gibt es einiges zu versilbern. Passend zur Dicke der Rohre der Waggonentleerung verwende ich überwiegend nur die zweitdünnste Rohrstärke. Auf die Verbindungsstelle der Rohrstücke gebe ich ein klein wenig Kleber, der nach dem Trocknen mit Silberbrunze übermalt wird. Leider ist mir das nicht an allen Stellen gut gelungen. Glücklicherweise verzeiht der Blick auf das große Ganze am Ende kleine Unsauberkeiten. Ich habe Rohrbrücken und Rohre abschließend noch mit rostbrauner Pulverfarbe leicht gealtert. Bereits im alten Teil des Chemiewerks gibt es Verteilerkästen und Schaltschränke. Entsprechende Szenen sollen auch beim Steamcracker nicht fehlen. Passende Nachbildungen gibt es als Lasercut-Bausatz von Joswood. Der Bausatz für die Schaltschränke lässt sich einfach herauslösen, es sind nur wenige Teile zusammenzukleben und eine Kolorierung ist nicht erforderlich. Mit einer roten Micro-LED, die durch ein durchgestochenes kleines Loch gefädelt wird, sieht der Kasten richtig gut aus. Platziert wird der Kasten auf der Bühne der Waggonentladung, wo er perfekt passt. Der Bausatz für den Verteiler und Sicherungskasten enthält drei Modelle, die schnell zusammengebaut sind. Versehen mit einer gelben LED habe ich das Modell auf der Bühne des Spaltofens platziert. Nun zur Schaltschrankanlage, die ebenfalls wieder leicht aufzubauen ist. Vor dem Verkleben der vorderen Türfront werden einige LED zwischen die Schaltelemente und an die obere Abdeckung angeklebt. Nun kommt die bislang nicht genutzte Plattform des Faller Apparate Gerüsts aus dem Kapitel Spaltofen zum Einsatz. Es werden noch zwei Leuchten ergänzt, passende Vorwiderstände zum Angleichen der LED-Helligkeit eingelötet und die Kabel möglichst wenig sichtbar zusammengeführt. Platziert wird die Plattform neben dem Gastank vor den Wäschern. Bei Dunkelheit sieht man sehr schön die Beleuchtung. Möglicherweise baue ich dieses Element im Nachgang noch zu einer Leitwarte mit Inneneinrichtung aus. Damit ist der Aufbau der Ergänzung zum Chemiewerk mit dem Steamcracker nun abgeschlossen. Gegebenenfalls folgen noch einige Szenen aus dem Chemiewerk bzw. passend zur Anlage. Bis dahin! Gegebenenfalls folgen noch einige Szenen aus dem Chemiewerk mit dem Schaltelementen zum 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 Schaltelement